ich mein der kranz jetzt um den becken der ich habe kein quarts mehr was wollen wir denn jetzt von boden nehmen ich würde sagen cleanstone oder oder halb stein cleanstone dinge booms da ja fehlt jetzt ein quarts oder was ich habe eingesammelt vielleicht kann doch nicht sein dass jetzt ein quarts verschwunden ist ich habe noch ein quarts block was wir hier kann ich ja herrte quarten den habe ich ja vorhin gesetzt weil ich ihn getrollt habe ich hatte ihn getrollt vorhin damit dann werde ich mal stein ziegel halbe dinge holen ich fange es ist wieder weg und eins habe ich auch noch ich musste vorstellen ein übelster wald in den verfügten bald ist ein bär wo ein schwarzeichen baum draufsteht genau gepasst mit dem fackel nimmt es ist genau 16 gehabt und die haben genau reingepasst das musste ein zeichen sein steinstufen pflaster steinstufen stein ziegel stund gab es auch seltslinge keine ahnung du ich bin kann versuchen wir die ganzen dinge raus zu schlafen der normale steinstufen oder stein ziegel steinstufen normale würde ich sagen steine stufen ziel steinstufen ich habe schon wieder hunger ich habe glaube ich habe ich schon 64 erst etwas gefressen jetzt geht es halt so ziemlich schnell muss man was essen wollen ja jetzt aber rosen habe ich auch was machst du denn grad paul brauchst du deinen dings weiter nager system die anlage bleibt so ich mache jetzt in der staffel zwei machen wir jetzt mal nicht großes ding was machst jetzt ach so ich habe ich habe ich habe einen fall von er hat auch dafür den arsch gekriegt sehr gut er hat auch sehr gut so muss das nämlich auch schon geschossen tauland muss bestraft werden ich habe den noch gehört glaube ich glaube ich den feiern letzte vorbeilaufen so sklave ist alles mitgebracht schlafen 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 knochen ups jetzt habe ich zwei gesetzt kannst du ruhig jetzt abgeben dann kann ich mithelfen ich habe noch nicht so viele danke ich bin jetzt hier bis zum restaurant nach fünf leben also fünf welche dinger verloren alter ich habe auch gerade voll gefressen jetzt fehlt mir schon wieder eine keule und jetzt fehlen mit zwei ich würde kurz gesprungen schon wieder zwei verloren wir haben heute auch nicht abgeerntet müssen wir auch machen eigentlich naja da sind wir noch genug eigentlich heute sind wir eigentlich auch stufen wir haben heute aber trotzdem wollten wir eigentlich immer am anfang des streams einmal abwehren hast du noch beschnitten Dave warte komm mal her da sind nicht mehr ganz so viele zwei Decks für mich gegeben gerade klar jawohl ich habe einen schwarzeichenwald zu hören ja mann ja echt nicht mehr wenn ich wüsste wo du bist im wald hier wo ich bin da wo ich auf dem baum stehe ich lege jetzt mal vor was ich so hab und ihr müsst sagen ob das reicht ne weil ansonsten müssen wir mal sammeln ähm ich hab jetzt 18 mal ritten ich hab jetzt 14 achasen setzen wir mal nach unten die scheiße hier 51 liter 64 rosenbüsche 29 sonnenblumen 12 porzellansternen 18 finstrosen 12 mohnen 26 rosa tulpen 64 stern auch 27 orange tulpen 32 weiße tulpen 37 rote tulpen what the fuck ja steh doch pflanzensammler ja ich hab gefragt ob ihr auch ähm ob ihr auch pflanzen wollt ja ich hab gesagt ja also ja ja aber wenn wir jetzt zum beispiel mit knochenmehl hier auf unserem biomen einfach mal drauf klatscht ja würden dann auch die blumen da wachsen oder nicht du sag mal ist der dave immer ruhig oder höre ich ihn nicht mehr und ja streik der gefeldet dave sagen wir mal was blazi flasihi blazi sind sie anwesend blazi 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 antworte mir man nein nein hatte ich gerade angeschrieben und du sagst ja ich bin immer kurz aus der partie kommt dann wieder rein okay wie soll ich ihn und er hört mich nicht der fisch kommt dann müssten wenn du das jetzt so machst normale pflanzen sparen entspricht aber man kann wenn man auf normale pflanzen dann knochen auf klack bekommt man dann die pflanze jedes mal wieder zurück wenn du auf die blumen knochenmehl machst bekommst du die blume so ja okay dann dropp die blume sozusagen selbst aber die blume selbst schon ja und hohes gras kriegst du auch hier was doch bloß ist und büttchen wird die schärfe der politischen Prozent schacht und hohes gras kriegst man ja auch noch mal hatte zu allem so lustig her er wird und eben wie man sie wie russien sie über diesen thema ich er hat er will beobachten sich er liebt hier und er hat doch gesagt auch gerade er hat doch so tief ich habe ich eine von jeder Blume in der Sorte nee habe ich nicht verdammt die Blume die ich habe mir fehlt mir noch die Blume nee die hat er aufgezählt 30 die Sumpfbio dafür müsste ich ein Sumpfbio ein neues finden ja ich glaube gleich weiter ist ein Wort nur Rache Meinst du nicht dass die Alken des Born sind? ne können sie ja nicht da kann man den Schneusen das Born ich nehme die Lava einmal mit zu dem automatischen Ofen hey wir sind die Rage kannst du mir noch irgendwie wie viel Eimer hast du da? hast du noch leere Eimer dabei? Lava habe ich jetzt alle dabei und leere? keine keine wenn wir uns auf Schlaf mal ein und dann automatisch in den Ofen aktiv da können wir machen ja können wir machen ja können wir machen ich bin auch vernächtigen ja ich hoffe ich habe dann du bist noch da scheinbar nicht die Antworten nicht ja er muss direkt antworten gibt ja keine Verzögerung bei Twitch nö ich sehe nichts mehr klar das ist natürlich dafür dass du schlafen gehst hatte ich mein Bett nicht da stehen gelassen wo ist mein Bett hin? das habe ich im Inventar das habe ich dir gerade versucht hinterher zu werfen woher soll ich das wissen? ich habe dich gesagt habe ich nicht gehört weißt du doch jetzt riech dich noch auf hier also kann man keinen mehr aus dem Bett rausschlagen so ein Bett abbauen oder was? da ist nicht im Bett da sieht er mein Bett wäsche uh uh ich habe da eins abgebaut und habe mich in zweitem Mainz wieder gelegt ja Mojo ist noch da der schläft nicht nicht warte jetzt einigt euch mal hier das kann doch nicht wahr sein ey graue Kinderraben die das sind auch mein Krach? der kann das nicht schmeckt es denn Herr Ragel? ja sicher Mahlzeit ich hatte heute schon auf Arbeit genug Kinderraben Hello Hallo 같아요 Moin moin grüß dich WUUH Sandra oblivion halt wer hat démarr is vende ich hebe die schicht erde rein damit wir hier das wasser drauf kippen können dann geben wir da rein oder machen die erde weiter weg der mode schreibt hier ist gerade demo für gewalt gegen frauen für gewalt demonstrieren dafür dass die gewalt gegen frauen verüben dürfen spiel das heißt ja aber das ist ja mojo kommt ja aus köln das passiert dann sowieso das ganze ding ja gegen schreibt auch noch mal ja was denn ich habe jetzt verstanden das ist es spielt gerade ein spiel das heißt demo gegen frauen also der dem oder so gewalt gegen frauen ja manu ich mache alles voll mit erde kannst du mithelfen er will er will ja im prinzip oben eine schicht wasser machen dann die erde wegschloppen dass die und dann ist alles voll außerdem musst du nicht jede zweite schicht machen du fällst ganz hinten an dass das wasser nach vorne fließt und am rand machst du dann jeden zweiten wasserblock komplett und dann zieht sich das nach hinten durch das geht so einfach ich habe ein bisschen dreck für dich warte muss nur kurz mal meine hose öffnen das ist ich will nicht wissen wo du dein Dreck lagerst ich will nicht wissen wo du dein Dreck lagerst ich will nicht wissen wo du dein Dreck lagerst okay so wir müssen ja dann bloß gucken weil die ähm Dingsbums Dingsen ne das ja die müssen wir ja dann zu viert hinstellen damit der äh die das weißt schon mal da ist wenn du da drunter gehst schneller da hast du recht natürlich ja wir bauen ja auch noch das kleine wasserbecken für kindlein du kannst ja auch noch ein kinderbecken bauen rage dann kannst du schon mal so ein kleines kinderbecken da hinten hinbauen wenn du Lust hast ok 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 und danach kannst du ja an deinem Kinderbecken dann angeln meine bockers hey 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 du du sumpf sumpf zeig mir deine Blumen Sumpf ähh wieso geht das jetzt hier denn? ich sitze auch noch mal dabei jetzt ja nervös dann machen wir noch ein paar da ist ja noch etwas ähm warum machst du das jetzt wieder zu mit erde ja weil es mir nicht gefallen hat wir machen eine neue mach das halt dazu weil damit ich da oben dann das wasser auf kippen kann auf die schicht wo es drauf sein soll damit es dann zum stillstand kommt und dann bräuchte ganze erde wieder ab so manu wenn du mal in die ecke hinten mama zu komplett ich brauche hier auch noch platz dann ja baulich hoch das kinderbecken können wir dann auch noch mal mit dem quat man muss noch quats haben eigentlich wenn ich wir haben eine stammzuschauerwand so und dann können wir jetzt erstmal alles vor schwarzeichen bäumen können wir uns nicht mehr retten ist spargel immer noch oder was knurrt da so ja der spargel ist immer noch